Der Rangrua Hamas-Führer im Gazastreifen Marwan Issa ist bei einem israelischen Luftangriff vor zwei Wochen getötet worden. Das bestätigte Israels Ami. Deren Sprecher Daniel Hagari sprach dabei von einem komplexen und präzisen Angriff der Luftwaffe. Der oberste Hamas-Führer Ismail Haniye erklärte bei einem Besuch im Iran, dass Israel sämtliche strategischen und militärischen Ziele verfehlt habe. Zugleich hätte das Land den Schutz der USA verloren. Unternessen wurden bei einem israelischen Luftangriff in Rafah mindestens 16 Menschen getötet. Laut Medienberichten war in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus im südlichen Gazastreifen getroffen worden. Während Israel seine Militäroffensive fortsetzt, werden weiterhin Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht, auf dem Landweg oder aus der Luft. Vor allem im nördlichen Gazastreifen ist die Not der Zivilbevölkerung besonders groß.